Und wie Sie das kennen bei uns bei Phoenix, sprechen wir darüber. Mit Eric Kirschbaum, US-Journalist, schreibt viel für die Los Angeles Times. Hallo, Herr Kirschbaum. Hallo. Herr Kirschbaum, also ich meine, Sie haben das jetzt mit uns zusammen geschaut. Ihre erste Reaktion dieser Pressekonferenz des US-Justizministers. Ja, das ist sehr ungewöhnlich, dass man eine Pressekonferenz gemacht hat, bevor der Bericht bekannt geworden ist, weitergegeben worden ist. Und das hat viel Unmut bei den Demokraten hervorgehoben. Die sagten, er würde es so drehen, bevor das überhaupt gelesen werden kann. Und so war das ein bisschen. Barr hat einfach erzählt, seine Sicht der Dinge. Und er wollte rechtfertigen, warum er so viel ausgeschwärzt hat. Er wollte das alles erklären. Und er wollte einfach seine Drehung auf die Geschichte haben, bevor die Journalisten und die Congressman das alles lesen können in einer Stunde oder so. Und das ist so typisch für Barr. Barr ist erst seit ein, zwei Monaten der Justizminister. Der hat vor einem Jahr ein Papier geschrieben, warum diese Behinderungen der Justiz überhaupt nicht in Betrag gezogen werden. Viele Demokraten haben einfach Angst. Er wollte das nicht glauben. Er wollte das nicht wahrhaben. Und er hat sich etwas vorgallopiert mit seiner Meinung im März, dass der Bericht steht, es gab keine Behinderung der Justiz. Darauf hat Donald Trump, wie wir alle wissen, dann gesagt, das ist eine complete exoneration, völlig Freibrief für ihn. Das werden wir sehen. Wir werden sehen, ob das wirklich so ist, wenn der Kongress jetzt den ganzen Bericht lesen kann. Wenn auch alle Leute das auch lesen können. Das wird auch auf den Internetseiten von der Justizministerium in einer Stunde oder so auch freigegeben. Okay, also Herr Kirschbaum, lassen wir uns das mal abarbeiten. Fangen wir vielleicht doch beim Inhalt jetzt nochmal an. Ist für Sie, nachdem was Sie jetzt von dem US-Justizminister gehört haben, ist für Sie jetzt klar, dass Donald Trump und sein gesamtes Team aus dem Schneider sind? Die hatten keinen Kontakt mit Russland oder russischen Quellen in oder rund um den Präsidentschaftswahlkampf 2018-16. Ja, Bauer hat das, glaube ich, fünf oder zehn Mal gesagt. Es gab keine Beweise. Aber ich frage Sie. Ja, ich glaube, in der Frage mit der Russian Collusion ist Trump schon Trump aus dem Schneider. Es gibt keine Beweise. Es gab schlampige Praxis. Es gab ab und zu Gespräche. Es gab auch viele Anklagen gegen Leute, die für Trump gearbeitet haben. Aber gegen Trump selber und den Wahlkampf gab es anscheinend laut Müller und Bauer keine Beweise, dass es wirklich geplant Collusion war zwischen der Trump-Campaign und Russland. Okay, Collusion muss man sagen, also geheime Absprachen. Gut, haben wir das geklärt, klären wir den zweiten inhaltlichen Teil. Offenbar hat Russland versucht, in die US-Präsidentschaftswahl 2016 einzugreifen. Das fällt ja jetzt fast so unter den Tisch. Ist das für Sie jetzt offenbar klar? Haben Sie das genauso rausgehört? Und was heißt das jetzt für die US-Öffentlichkeit und für die US-Regierung? Was wird es da für Konsequenzen geben? Ja, das ist sehr lange bekannt. Auch als Obama noch Präsident war, hat Obama Russland gewarnt, nicht einzumischen. Anscheinend gibt es viele Beweise, dass Russland probiert, einzumischen über Social Media und so weiter und so fort. Das ist schon klar, dass es gab einen Versuch, da reinzumischen. Manche Beobachter hier in Europa wundern sich, dass die Amerikaner sich so aufregen darüber, weil die CIA und die USA mischen sich auch oft in andere Wahlkämpfe ein, in anderen Ländern. Aber so ist es. Aber dass die Russen probiert haben, Trump zu unterstützen, war, glaube ich, jedem in den USA klar. Spätestens seit Wikileaks die ganze demokratische Briefe von Podesta und der Clinton-Campaign freigegeben hat. Das war alles schlecht für Clinton, was da alles rauskam im Sommer 2016. Das ist wirklich keine Überraschung, dass da Leute Trump unterstützen wollte und Clinton schaden wollte. Gut, dann kommen wir, damit haben wir sozusagen den Inhalt abgearbeitet, Herr Kirschbaum. Jetzt gucken wir auf das, was Sie am Anfang auch angesprochen haben, nämlich die Form. Erklären Sie uns das. Da wird also ein Sonderermittler bestellt, der recherchiert fast zwei Jahre lang. Der verfasst einen knapp 400 Seiten dicken Bericht. Er übergibt diesen Bericht. Dann fasst vor etwas über einem Monat der US-Justizminister diesen Bericht zusammen auf vier Seiten an den Kongress. Und jetzt, bevor der Bericht veröffentlicht wird, macht er eine Pressekonferenz alleine, ohne Herrn Maller. Helfen Sie mir, wie kann ich das verstehen? Ja, Sie haben natürlich recht, es ist ungewöhnlich, ein paar Dinge da drin. Aber der Anfang war, wie oft in der amerikanischen Geschichte, dass der Präsident nicht über das Gesetz sitzen darf und dass der Justizministerium ein Special Prosecutor ins Leben rufen kann. Das haben die in Watergate gemacht mit Nixon, um zu sehen, ob es Behinderungen der Justiz gab. Darauf ist Nixon gestolpert. Das ist für die Amerikaner sehr wichtig, dass kein Mensch, auch der Präsident, nicht über das Gesetz steht. Deswegen ist dieser Special Prosecutor ein ganz wichtiges Werkzeug in Amerika. Und es wird geschätzt und respektiert von beiden Parteien. Clinton, Bill Clinton musste auch einen Special Prosecutor erleben und überleben. Herr Kirschbaum, also Sonderermittler, das habe ich ja verstanden. Nur dann stellt sich der Justizminister, der ja eingesetzt wurde von Donald Trump, also einem der Beteiligten. Man stellt sich vor, Richard Nixon, dessen Justizminister hätte am Ende gesagt, weißt du was, du bist gar nicht schuld, trotz Watergate-Sonderermittler. Der stellt sich jetzt vor die Presse und bricht am Ende, als dann die kritischen Fragen kommen, auch noch die Pressekonferenz ab. Also Sonderermittler auf der einen Seite, aber den haben wir ja eben nicht erlebt vor der Presse. Warum nicht? Und was wirft das für Sie als Amerikaner? Vielleicht können Sie uns das nochmal auch erklären. Ja, es ist alles komisch, aber ich freue mich, dass der große Teil von dem Bericht jetzt ans Licht kommt, dass die demokratischen Abgeordneten und Senatoren werden den ganzen Bericht lesen können, nicht nur die unausgeschwärzte Teil. Das hat Barr gesagt am Ende der Pressekonferenz, dass die Senators und Congressmen werden den ganzen Bericht lesen können. Das beruhigt schon. Da hat man das Gefühl, okay, wenn es wirklich was da ist, wo Trump Justiz behindern wollte, dann werden die Congressmen das sehen und lesen und dann bleibt es wahrscheinlich nicht so lange geheim. Insofern, das System funktioniert, das Verfahren funktioniert. Man hat das Gefühl, okay, Barr ist natürlich Partisan, der ist nicht wie sein Vorgänger, der sich von der Sache raushalten wollte, sondern Barr ist wahrscheinlich genommen worden von Trump, weil er ziemlich klar Trumps Meinung ist in dieser Geschichte. Aber trotzdem, es wird dem Kongress jetzt übergeben worden und der Kongress ist natürlich sehr wichtig. Und der Kongress wird jetzt entscheiden, ob es Justizbehinderung gab oder nicht und ob es vielleicht doch so eine Anklage kommt. Barr hat sich ein bisschen aus dem Fenster gelehnt, indem er diese Zusammenfassung gemacht hat. Es gab keine Behinderung der Justiz, aber wir werden jetzt sehen. Genau, und dieser Bericht bleibt nicht im Schlussfach oder im Geheimfach versteckt. Es wird gelesen und diskutiert bei Abgeordneten von den Republikanern und Demokraten und wir werden dann sehen, was in dem Bericht steht. Alles klar, also Eric Hirschbaum, zum Abschluss noch zwei Reaktionen vorher schon von Donald Trump. Also der geschrieben hat vor etwa einer Stunde, also no collusion, no obstruction, also keine geheimen Absprachen und auch keine Justizbehinderung. Hat also vorher sozusagen schon seine Sicht der Dinge der Welt mitgeteilt über Twitter. Nicht überraschend. Und die beiden ranghöchsten US-Demokraten haben schon angekündigt, dass sie Robert Mueller vor dem Kongress befragen wollen. Heißt das auch aus Ihrer Sicht, dieser Fall, Donald Trump und Russland, dieser Fall des Mueller-Reports, der ist noch lange nicht zu Ende? Das ist eine gute Frage, aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, viele Amerikaner haben das satt, die wollen das nicht mehr hören. Die republikanischen Anhänger von Trump sehen, der ist jetzt frei. Die Demokraten denken, es ist vielleicht was da drin. Aber der große Mittel, die wollen das gar nicht mehr hören. Die wollen auf andere Themen konzentrieren. Es bleibt so im Backburner, im Hintergrund wird das natürlich weiterlaufen. Ich freue mich zu lesen, was wirklich in dem Bericht steht, ob Mueller das wirklich so dargestellt hat, wie Barr das jetzt berichtet oder nicht. Es gab Berichte, dass Müllers Leute unzufrieden waren mit dieser vierseitigen Zusammenfassung. Wir werden es aber zum Glück jetzt sehen können. Und darauf freue ich mich in den nächsten Wochen, was da rauskommt. Da bin ich mal gespannt, dass nicht zu viele Teile auch geschwärzt sind. Eric Kirschbaum, US-Journalist, vielen Dank, dass Sie hier bei Phoenix zur Einordnung bei uns waren. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.